An der Todelfachschule Thun gefällt mir sehr gut, dass wir Studierende haben, die aus der Praxis kommen, mit Erfahrung und eigenen Erkenntnissen und Ideen und dann können wir das mit der Theorie verknüpfen und gute Sachen entwickeln. Wenn es die Todelfachschule verlassen sollen, wollen die Studierenden zu Bewusstsein mitnehmen, dass sie sich zu Persönlichkeiten entwickelt haben, die für die Hotellerin und Gastronomie sehr wichtig sind. Eigentlich gibt die Praxisbezug eine Taktform. Ich nehme jeden Tag Praxisbeispiele aus der Medienarbeit, aus der Public Relations in den Unterricht. Die Studierenden verfassen selbst eine Medienmitteilung oder sie üben in einem Rollenspiel Interviews und trainieren. Mein Fachbereich ist beeinflusst durch die Entwicklung der Medienwelt, der Medienlandschaft, die sich immer wieder verändert und da schaue ich mit den Studierenden, wo sich die Gäste bewegen, welche Kanäle sie sich Informationen holen, wie können wir sie besetzen mit guten Geschichten, mit Botschaften und mit Bildern. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.